Die Struktur unseres Lebens prägen. Ein beruhigender Gedanke, sondern ein Prinzip, das so alt ist wie das Denken selbst und das darauf hindeutet, dass unsere innere Welt die Blaupause für unsere äußere Realität ist. Betrachte das riesige Universum des Geistes. In seiner Weite werden nebulöse Gedanken geprüft, Konstellationen von Überzeugungen gebildet und Galaxien von Bestrebungen zum Leuchten gebracht. Wenn wir uns auf diesen inneren Kosmos einstimmen, werden wir uns eines grundlegenden Prinzips bewusst. Wir werden zur Essenz dessen, was wir denken. Aber wie oft lassen wir uns durch das Leben treiben und übersehen diese tiefe Wahrheit? Wie oft lassen wir zu, dass unsere Gedanken unkontrolliert und ungeschliffen den Ton unserer Existenz formen? Wenn man sich selbst als mangelhaft, zerbrechlich oder unverdient empfindet, reagiert die Welt in gleicher Weise und spiegelt diese Nachahmungen wieder. Doch wenn wir es wagen, unser wahres Potenzial zu erkennen, an unsere grenzenlosen Fähigkeiten und unseren angeborenen Wert zu glauben, entfaltet das Universum seine Reichtümer vor uns. Dies ist nicht nur ein politisches Gefühl, sondern ein Grundgesetz unserer Existenz. Unsere Gedanken sind kein flüchtiges Geflüster im Wind, sondern werden in Kräfte umgesetzt, die unsere gelebten Erfahrungen prägen. Um unser Schicksal zu gestalten, müssen wir die Saat unserer Gedanken sorgfältig hegen und pflegen und nur die Früchte des Überflusses, der Liebe und des Erfolgs ernten. Angesichts der Stürme des Lebens ist es ganz natürlich, dass sich Zweifel und Angst einschleichen. Aber wir dürfen uns nicht von den flüchtigen Gewitterwolken auffressen lassen. Lass uns stattdessen die Meister des weiten Meeres unseres Geistes sein und unsere Gedanken zu den leuchtenden Ufern der Positivität und der Möglichkeiten lenken. Stell dir eine Welt vor, in der jeder Wunsch in Erfüllung geht, in der sich die tiefsten Wünsche deines Herzens mühelos manifestieren. Diese Welt ist kein ferner Traum, sondern eine Realität, die auf diejenigen wartet, die ihre Gedanken mit ihrem Handeln verbinden, die ihre Überzeugungen mit ihren Bemühungen in Einklang bringen. Wenn du dich auf diese philosophische Reise begibst, denke daran, dass die Ketten der Gesellschaft, die aus Erwartungen und Konventionen bestehen, nur Illusionen sind. Befreie dich von diesen Fesseln und erhebe dich auf den Flügeln des Selbstvertrauens. Du bist nicht an die Grenzen gebunden, die andere gezogen haben. Das Universum weitet sich aus und du kannst es erforschen. Lass dich auf die Kühnheit deiner Träume ein, denn du weißt, wenn du dir die Kraft der positiven Gedanken zunutze machst, sind keine Horizonte zu weit entfernt und keine Gipfel zu hoch. Das Universum in seiner unendlichen Weisheit ist immer an deiner Seite und spiegelt den großen Wandteppich wieder, den du in deinem Geist webst. Um die Symphonie deiner Wünsche zu verwirklichen, ist die Kongruenz von Gedanken, Gefühlen und Handlungen unerlässlich. Positive Gedanken ohne Absicht und Handlung sind wie unangeschlagene Akkorde. Doch wenn sie in Harmonie gespielt werden, komponieren sie die bezauberndsten Melodien von Erfolg und Erfüllung. Lass dich in diesem Tanz der Schöpfung vom Rhythmus deines Herzens leiten. Glaube an die Magie in dir, denn du bist Herr deines Schicksals. Und denke immer daran, was du denkst, sollst du auch werden. Auf unserer sich ständig weiterentwickelnden Lebensreise ist jeder Schritt, den wir tun, ob groß oder klein, von immenser Bedeutung. Es sind diese konsequenten und inspirierten Bemühungen, die jeden Tag mit einem Herzen voller Leidenschaft unternommen werden, die unseren Kurs zur Verwirklichung unserer Träume bestimmen. Diese Expedition zu unternehmen, erfordert einen festen Willen. Wenn man vor großen Hindernissen oder verschlungenen Wegen steht, kann die Versuchung, sich zurückzuziehen, überwältigend sein. Aber hier ist das Geheimnis. Beharrlichkeit bedeutet nicht nur durchzuhalten, sondern auch zu glauben, selbst wenn die Welt zweifelt. Halte an einer Haltung fest, die Positivität ausstrahlt, und stelle dir Erfolg und Fülle vor, selbst inmitten von Herausforderungen. Denke daran, dass du nicht nur ein Vorbeigehender auf der Reise des Lebens bist. Du bist sein Architekt und hast die Macht, dein Schicksal mit jedem Gedanken, den du hegst, mit jeder Entscheidung, die du triffst, zu gestalten. Die Großartigkeit des menschlichen Geistes liegt in unserer angeborenen Fähigkeit, unsere Gedanken zu beherrschen und sie auf die von uns am meisten geschätzten Bestrebungen zu lenken. In dieser Beherrschung finden wir unsere wahre Stärke. Wir können im Bereich unserer Zeilen lebendige Muster unserer Wünsche herbeizaubern und zulassen, dass diese Visionen als Leuchtfeuer unser Handeln leiten. Es ist leicht, sich in den Netzen des Bedauerns über die Vergangenheit zu verfangen oder sich über die Ungewissheit der Zukunft Sorgen zu machen. Doch der wahre Zauber, die wahre Leinwand, auf der sich unser Leben entfaltet, ist die Gegenwart. In jedem Moment halten wir den Pinsel in der Hand und sind bereit, die Pinselstriche unserer Realität zu malen. Indem wir eine Haltung des Überflusses einnehmen, indem wir die Ketten des Mangels und der Begrenzung ablegen, öffnen wir die Türen zu unendlichem Wohlstand. Das weite und geheimnisvolle Universum ist wie ein großer Spiegel. Sie spiegelt nicht nur unsere Handlungen, sondern auch die Essenz unserer Gedanken und Gefühle wieder. Stimme deine Frequenz ab, harmonisiere mit dem, was du suchst, und beobachte, wie das Universum in gleicher Weise in Resonanz geht. Dein wachsendes Bewusstsein für die Macht deiner Gedanken ist wie die Entdeckung einer verborgenen Superkraft. Jeder Traum, jedes Streben beginnt als bloßer Gedanke. Dieses neu gewonnene Verständnis legt eine unbestreitbare Verantwortung auf deine Schultern. Du bist der Meisterdramatiker deines Lebens. Wir können nicht mehr mit dem Finger auf das Schicksal oder äußere Kräfte zeigen. Der Stift, der unseren Schweif schreibt, ist fest in unserer Hand. Sei der wachsame Gärtner deines Geistes und sähe die Samen der Positivität, der Dankbarkeit und des Ehrgeizes. Wenn diese Samen Wurzeln schlagen und wachsen, werden ihre Früchte die Landschaft deines Lebens erschüttern. Ängste und Zweifel können Schatten werfen und versuchen, dein Wachstum zu unterdrücken. Aber mit unerschütterlichem Vertrauen in deine Fähigkeiten kannst du dir die transformative Energie deiner Gedanken zunutze machen. Der Wandel wird zwar oft als äußerlich angesehen, aber er blüht wirklich von innen heraus. Wenn du an der Kreuzung deiner Reise stehst, erinnere dich an die alte Weisheit, die unzählige Seelen vor dir geleitet hat. Wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Mach dir diese Wahrheit zu eigen. Stehle deine Gedanken und beobachte, wie das Universum dir den Weg zu deiner Bestimmung zeigt. Unsere Gedanken sind wie weite Landschaften, in denen jeder Gedanke, den wir hegen, einen Samen pflanzt. Wenn wir unsere Denkweise ändern, unsere Überzeugungen und Perspektiven, ist es, als ob wir ein neues Terrain kultivieren. Diese Veränderung bleibt vom Universum nicht unbemerkt. Die Metamorphose unserer inneren Welt wird vom Universum erwidert, das uns Erfahrungen und Gelegenheiten bietet, die mit unseren erneuerten Absichten in Einklang stehen. Doch wie Unkraut in einem Garten können auch negative und selbstzerstörerische Gedanken inmitten des Positiven sprießen. Diese Gedanken waren zwar ganz natürlich, drohten aber das schöne Wachstum, das wir fördern, zu überschatten. Aber das ist das Schöne an der Selbsterkenntnis. Wir haben die Wahl. Wenn man mit diesen aufdringlichen Gedanken konfrontiert wird, darf man nicht ihr Gefangener werden. Stattdessen müssen wir selbst zum Beobachter werden. Erkenne ihre Flotte in der Gegenwart an, aber gib ihnen niemals die Herrschaft über deine Seele. Stell dich ihnen, hinterfrage ihre Gültigkeit und ersetze sie durch Überzeugungen, die dich erheben und befähigen. Die Schulung des Geistes ist eine Kunst. Gestalte es mit Fleiß, um die Silberstreifen zu erkennen, um Chancen wahrzunehmen, selbst wenn sie von den Stürmen des Lebens verdunkelt werden. Jede Situation, egal in welcher Form, bietet eine Lektion, eine Erkenntnis, die zu unserer sich ständig weiterentwickelnden Erzählung beiträgt. Denke daran, dass du ein ganzes Universum an Möglichkeiten nutzt. Jeder Einzelne ist ein Mosaik aus einzigartigen Erfahrungen, Talenten und Einsichten. An sich selbst zu zweifeln bedeutet, dieses unvergleichliche Potenzial zu untergraben, das jeder Moment, jede Herausforderung und jeder Triumph hervorgebracht hat. Befreie dich von den Fesseln der selbst auferlegten Grenzen und trete in die Weite deines wahren Selbst. Das Erwachen zu der Erkenntnis, dass unsere Gedanken die Architekten unserer Realität sind, ist wie das Öffnen einer Tür zu unerforschten Gebieten. Dieses Bewusstsein läutet eine Reise der Selbstbeobachtung, des Wachstums und der unbegrenzten Möglichkeiten ein. Das Geflecht des Lebens, das sie weben, wird direkt von den Gedanken beeinflusst, die sie hegen. Die immense Kraft des Geistes zu nutzen bedeutet, ein unerschöpfliches Energiereservoir anzuzapfen. Deine Gedanken sind wie ein Kompass, der deine Handlungen und Entscheidungen leitet und den Weg vorgibt, auf dem sich dein Leben entfaltet. Daher ist es unerlässlich, diesen Kompass mit Optimismus, Hoffnung und Fülle zu füllen. In einer Welt, in der oft die Vorstellung von Knappheit vorherrscht, solltest du dich selbst herausfordern, darüber hinaus zu sehen. Verlagere deinen Blick vom Mangel zum Überfluss. Erkenne, dass das Universum in seiner unendlichen Weite mehr Liebe, Erfolg und Möglichkeiten bietet, als man sich vorstellen kann. Die einzige Grenze für das Empfangen ist die, die wir uns selbst auferlegen. Kultiviere eine Denkweise, die den Becher nicht nur als halbvoll, sondern als übervoll ansieht. Und beobachte, wie sich das Universum in gleicher Weise revanchiert. Im Mittelpunkt unserer Erfahrungen steht ein grundlegendes Prinzip. Die Linse, durch die wir die Welt betrachten, hat eine transformative Kraft, um unsere Realität zu formen. Wenn du deine Perspektive neu ausrichtest, um die unermessliche Fülle zu erkennen, die es gibt, tust du mehr, als sie nur anzuerkennen. Du holst sie in dein eigenes Leben und machst sie zu einem festen Bestandteil deiner Erzählung. Manifestation ist im Wesentlichen eine Kunst der Ausrichtung, eine harmonische Mischung aus Gedanken, Gefühlen und bewussten Handlungen. Es ist, als würde man eine Symphonie komponieren, in der jedes Instrument, jede Note eine zentrale Rolle spielt. Wenn deine Gedanken mit deinen Gefühlen in Einklang stehen und beide durch bewusstes, zielgerichtetes Handeln gestärkt werden, setzt das eine mächtige Kraft in Gang, die sich wie ein Fluss ihren Weg bahnt und dich in Richtung deiner Ziele treibt. Ein wirksames Mittel auf dieser Odyssee ist die Visualisierung. Schließe deine Augen und versetze dich in das Leben, nachdem du dich sehnst. Spüre den Rausch, die Freude, die so greifbar ist, als wärst du schon da und würdest diese Momente miterleben. Indem du dich emotional mit deinen Wünschen verbindest, erzeugst du Wellen im Universum und verstärkst den Prozess der Manifestation. Die Sprache, die oft unterschätzt wird, ist der Pinsel, mit dem wir unsere Realität malen. Sowohl die stillen Dialoge, die wir in uns führen, als auch die Worte, die wir aussprechen, enthalten Schwingungen, die unsere Lebensumstände prägen können. Sprich mit Absicht. Entscheide dich für Worte, die nicht nur Äußerungen sind, sondern Bestätigungen des Lebens, das du dir wünschst. Wirf die Ketten der Selbstzweifel ab, wie die Ameisen, und nimm Affirmationen an, wie ich bin stark. Ich habe es verdient. Tauche ein in ein Ökosystem der Positivität. Vertiefe dich in Bücher, höre Podcasts und knüpfe Verbindungen, die deine Ambitionen widerspiegeln. Umgib dich mit ermutigendem Geflüster, mit Stimmen, die deine Wünsche wiederholen und mit Geschichten, die dich inspirieren. Ein solches Umfeld wirkt wie ein Gewächshaus, das deine Überzeugungen nährt und dein Selbstvertrauen stärkt. Dankbarkeit ist ein Kompass, der dir stets den Weg zu den reichen Schätzen in deinem Leben weist. Die Praxis der Dankbarkeit lenkt deinen Fokus und verwandelt Gefühle der Knappheit in Anerkennung der Fülle. Diese einfache, aber tiefgreifende Handlung steigert nicht nur dein Glück, sondern zieht auch mehr Gründe an, dankbar zu sein. Während du diesen Weg beschreitest, solltest du verstehen, dass die Reise zur Manifestation deiner Wünsche der Gestaltung eines Meisterwerks gleicht. Jeder Strich ist wohlüberlegt und zielgerichtet, erfordert aber auch Geduld. Betrachte Rückschläge nicht als Umwege, sondern als Wege, die mit Lektionen gespickt sind. Nimm die Weisheit an, die sie dir vermitteln, und verstehe, dass sie dich für die Größe formen, die dich erwartet. Das Universum in seiner Großartigkeit inszeniert oft glückliche Zufälle. Diese unerwarteten Ausrichtungen, diese wunderbaren Zufälle sind die Art des Universums, dich anzufeuern. Sei mit offenem Herzen dabei und erkenne den göttlichen Rhythmus des Lebens an und vertraue darauf, dass jede Drehung und Wendung für dein ultimatives Wachstum choreografiert ist. Teile das Licht deiner Reise, wenn du dich in dem neu entdeckten Bewusstsein deiner Fähigkeiten sonnst und die Magie der Manifestation ein Leuchtfeuer für andere wird. Erleuchte sie, ermutige sie und sieh zu, wie du gemeinsam ein Mosaik aus verwirklichten Träumen erschaffst. Denke schließlich daran, dass du der Künstler auf der Leinwand deines Lebens bist. Mit jedem Gedanken, jeder Emotion und jeder Handlung legst du einen Strich. Lebe es mit Fülle, Dankbarkeit und einem unerschütterlichen Glauben an grenzenlose Möglichkeiten. Vertraue auf deine eigenen Fähigkeiten und auf den kosmischen Tanz des Universums. In dieser Sinfonie des Lebens soll die Magie der Manifestation die Führung übernehmen und Wunder jenseits der Vorstellungskraft enthüllen. Auf unserer Reise durch das Leben fragen sich viele von uns oft nach dem Wandteppich der Existenz, nach den Fäden, die unsere Realitäten verbinden, nach den Farben, die unsere Wege erhellen. Aber die Wahrheit ist, wie wir herausgefunden haben, dass wir den Webstuhl und die Fäden in unseren Händen halten. Die Essenz unserer Realität, der Reichtum unserer Erfahrungen, ist untrennbar mit der Qualität unserer Gedanken und der Klarheit unserer Absichten verbunden. Ein altes Sprichwort besagt, dass das Universum wie ein riesiger Spiegel ist, der uns nicht nur reflektiert, was wir zeigen, sondern vor allem, was wir fühlen und denken. Jede Welle von Gedanken, ob sie nun aus den tiefsten Winkeln unserer Hoffnungen oder aus den Schattenbäuchen unserer Ängste entspringt. Er sendet eine Welle aus, auf die das Universum antwortet. Sie besagt, dass jeder Gedanke eine Note in einer kosmischen Melodie ist und das Universum zu unserem Ton tanzt und mit den Emotionen und Absichten, die wir ausstrahlen, in Resonanz geht. Dieser Tanz, diese kosmische Choreografie ist kein bloßes Spektakel, das wir vom Rande aus beobachten. Du bist der aktive Teilnehmer, der Hauptdarsteller und der Architekt unseres eigenen Schicksals. Jeder Gedanke, der von Positivität durchdrungen ist, jede Visualisierung, die mit Hoffnung gemalt ist und jede Handlung, die mit Papa ausgeführt wird, formt die Strophen unseres Lebensliedes. Aber so wie ein Gärtner nicht einfach Samen pflanzt und sie dann vergisst, müssen auch wir die Samen unserer Wünsche pflegen. Wir müssen sie mit Geduld nähern, sie mit Dankbarkeit gießen und sie vor dem Unkraut des Zweifels und der Negativität schützen. Die Ernte, die Verwirklichung unserer Träume, wird dann nicht nur zu einer Möglichkeit, sondern zu einer unvermeidlichen Realität. Es ist wichtig zu verstehen, dass es dabei nicht darum geht, Herausforderungen zu leugnen oder Hindernisse zu übersehen. Das Leben mit seiner komplizierten Mischung aus Hochs und Tiefs wird immer seine Prüfungen mit sich bringen. Aber wenn wir unsere angeborene Macht anerkennen, unsere Reaktionen zu formen und unsere Perspektiven zu gestalten, können wir diese Herausforderungen mit Anmut und Widerstandsfähigkeit bewältigen. Wir segeln nicht nur auf dem weiten Ozean des Lebens, wir bestimmen seinen Kurs. Diese Weisheit oder Tiefe ist nicht dazu gedacht, gehortet zu werden. Als du dich auf diese transformative Reise begeben hast, hast du einen Funken entzündet, ein Leuchtfeuer des Wissens und des Selbstbewusstseins. Dies soll nicht nur eine persönliche Flamme sein, sondern eine Fackel, die anderen den Weg erhält. Um dies zu gewährleisten, verstärken wir die Essenz unseres eigenen Verständnisses. Um es auf den Punkt zu bringen, das Leben besteht nicht aus dem, was uns passiert, sondern wie wir darauf reagieren. Indem wir die Macht unserer Gedanken bewusst nutzen, indem wir mit Positivität, Dankbarkeit und Fülle in Resonanz gehen, werden wir nicht nur Zeugen des Tanzes des Universums. Wir führen sie. Wir werden zu Mitschöpfern, die eine Realität voller Potenzial, Wunder und unbegrenzter Möglichkeiten gestalten. Lass in diesem Tanz des Lebens deine Gedanken den Rhythmus, deine Wünsche die Melodie und die Handlungen die Schritte sein. Gemeinsam schaffen sie eine Symphonie der Manifestation, einen Psalm der Existenz, den das Universum jubelnd erwidert. Vielen Dank, dass du dich mit uns auf diese transformative Reise der Selbstentdeckung und Ermächtigung begibst. Wir schätzen eure Anwesenheit und euer Engagement sehr. Wenn diese Botschaft bei dir Anklang gefunden hat, kannst du dieses Video gerne liken. Mit deinem Abo wirst du Teil einer Gemeinschaft, in der wir uns vertiefen, gemeinsam wachsen und die Kraft in uns nutzen. Denke daran, dass jeder von euch ein Leuchtturm des Potenzials und der Verheißung ist und ich schätze die Energie und die Leidenschaft, die ihr mitbringt, sehr. Gemeinsam sind wir nicht nur eine Gemeinschaft, sondern eine Familie, die Wege geht und Erkenntnisse austauscht. Wenn du also inspiriert bist und ein kontinuierlicher Teil dieser Reise sein möchtest, klicke auf die Schaltfläche Abonnieren und werde Teil unserer Familie. Hier geht es um die Verwirklichung von Träumen, die Förderung von Positivität und die Schaffung einer Welt, in der jeder Einzelne von uns gedeiht. Ich sende euch allen Wellen der Liebe und Dankbarkeit. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017